So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Jage Raubtiere. Wo finden wir diese? Das Problem ist, es ist einfach immer wieder so verstreut. Aber ich habe hier gerade einen Rudel Wölfe gefunden. Das Gute ist natürlich, die Zone ist jetzt gerade da. Das bedeutet, die sind eh schon geschwächt. Und wie ihr seht, Jage Raubtiere, 24.000 XP, ganz easy. Ich wusste aber, dass hier bei Weeping Woods in dem Bereich hier sind eigentlich immer Wölfe und Reptoren. Ich wollte eigentlich hier oben in den Obstgarten, weil hier oben auf dem Berg, warte mal, ich gehe mal gerade mit der Karte noch näher ran, hier oben auf dem Berg sind immer, und ich sage nochmal, immer Reptoren. Die könnt ihr euch halt auch holen. Ich habe mir jetzt hier die neue Wolfsbudel geholt. Hat ganz easy funktioniert, wie ihr gesehen habt. Wenn ihr natürlich Glück habt, und das ist gerade innerhalb der Zone, beziehungsweise außerhalb, dann bekommt ihr ja schon Schaden, und ihr habt die Aufgabe dann auch schon abgeschlossen. Und so einfach könnt ihr das Ganze halt machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne supporten, gerne ein Like da lassen. Vielleicht sehen wir uns auch mal im Livestream. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß noch beim Leveln, und haut herein. Und dann bitte sagen, euch auf jeden Fall weiter.